Gut, herzlichen Dank, Thomas. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Die neue WM-Kampagne 2022 startet offiziell letzte Woche mit unserem ersten Trainingscamp. Für uns hat sie inoffiziell eigentlich bereits am Tag nach dem Ausscheiden in Peking begonnen. Ich hole da ein bisschen aus, die Analyse, Olympische Spiele in Peking. Da gab es auch positive Aspekte, trotzdem, dass wir unser Saisonziel nicht erreicht haben. Wir haben sicher trotzdem unser Spiel weiterentwickelt. Das internationale Eishockey entwickelt sich stetig weiter. Ich glaube, da sind wir trotz allem im Prozess. Das Team-Commitment ist weiterhin ungebrochen in unserer Mannschaft, rund um die Nationalmannschaft. China-Restriktionen, die drohenden Quarantäne, alle diese Komponenten hat man eigentlich nicht gespürt, was sehr, sehr positiv war. Und ich glaube, wir entwickeln nicht nur das Commitment weiter, dazu vielleicht nachher einige Erläuterungen auch. Wir versuchen eine Kultur zu wahren und aufzubauen, sogenannte No Excuses. Wir haben das in Riga bereits gemacht. Wir haben uns was überlegt bei den Zielsetzungen. Wie gesagt, es ist nicht nur unsere, die kommt auch aus der Mannschaft. Unsere Athleten wollen weiterkommen. Wir tragen das, es ist unsere Verantwortung. Und so haben wir das auch in Peking gemacht. Wir haben am nächsten Tag rund zwei Stunden wirklich Tacheles gesprochen, bevor Patrick die Players-Meetings gemacht hat etc. Wir haben einiges, um nicht zu sagen alles hinterfragt. Wir sind über Stuff-Auslegung bis hin zum Playbook, was natürlich dann Coaching-Stuff ist, hinterfragt. Und geschaut, wo sind wir unterwegs, wo sind wir gut unterwegs etc. Und wo nicht. Punkte, die optimiert werden müssen. Klar, die Resultate. Wie gesagt, Viertelfinal kann man nicht mehr als gut verkaufen, was folgerichtig ist. Aber viel wichtiger noch, wir können es unseren Spielern nicht verkaufen. Wir wollen und müssen die Zielsetzung erreichen. Wir wollen aber auch neue Impulse setzen rund um die Mannschaft. Wir wollen weiter diesen Prozess gehen und uns weiterentwickeln. Nicht nur spielerisch auf dem Eis, sondern auch im Mannschaftskonstrukt, Leadership-Gruppe usw. Und hierzu ist es, glaube ich, heute die Gelegenheit, mal ein bisschen proaktiv euch auch zu erklären, was es heisst und was wir damit meinen. Was ist ein Prozess? Unser Prozess ist so, dass wir das Eishockey weiterentwickeln wollen. Wir wollen aber nicht irgendwie eine Strategie einfach von heute auf morgen ändern. Wir haben ein Long-Term-Denken mit Patrick Fischer und seiner Vertragssituation. Wir haben den Trainer schlechthin, der die Mannschaft unglaublich gut führt, auf allen Ebenen und auch erreicht. Und darum haben wir uns entschlossen, dass wir Erneuerungen machen, dass wir uns hinterfragen müssen, dass das zu unserer Kultur gehört. Und hierzu haben wir diese Adaptionen bereits vorgenommen, jetzt hinsichtlich diesen anstehenden Weltmeisterschaften in Peking. Es gab strategische Komponenten, die wir diskutiert haben. Wie gesagt, eine davon ist Leadership. Andere ist auch der Prozess von unserer Long-Term-Planung. Also wir wollen Veränderungen anstreben im Moment hinsichtlich 2026. Aber es soll ein fortlaufender Prozess sein, wo wir immer wieder gegebene Massnahmen und Analysen umsetzen können. Das internationale Eishockey, wie gesagt, das verändert sich, wird sich weiterhin weiterentwickeln. Und zwar in einem horrenden Tempo. Da sind wir nicht die einzigen als Schweizer. Skills alleine reichen nicht. Wir haben weiterhin eine sehr, sehr attraktive und gute Liga. Wir haben supergute Spieler und wir brauchen Skills und Speed, alles, was uns bis jetzt ausgezeichnet hat. Aber wir machen auch hier, wie gesagt, Adaptionen und wollen weitere Komponenten einbringen. Patrick Fischer wird das dann detaillierter erklären und ausführen. Leadership-Gruppe, die ich angesprochen habe, wir haben gute und richtige Projekte. Eines davon ist zum Beispiel unser Prospect-Projekt, wo wir junge Spieler in einem Zyklus von zwei, drei Jahren bis zu vier Jahren spielen, eine Adaption geben können, damit sie internationale Erfahrungen sammeln können, damit wir sie auf diesen internationalen Standard, den es braucht, international bei WM und Olympiade vorzubereiten. So haben wir jetzt mit einem Jahrgang 96 weitere Leute, die jetzt da dabei gewesen sind. Die sind nicht mehr explizit sehr jung, aber die sind bereit, jetzt hier wirklich eine neue Rolle einzunehmen. Wir stellen fest, dass die bereit sind dafür und das macht auch für uns, für den Prozess eigentlich grosse Freude. Was wir jetzt euch heute hier kurz erläutern, haben wir natürlich auch intern gemacht. So sind wir auch nach Nordamerika gegangen auf unsere Reise und wir haben Ihnen ebenfalls unsere Erkenntnisse erläutert. Wir haben Ihnen gesagt, wo wir den Hebel ansetzen wollen, wo wir überzeugt sind, wo wir Verbesserungen erzielen können, werden und müssen. Und haben wir, kann Patrick auch dann detailliert, vielleicht mit einem Beispiel ergänzen, auch den Spielern gesagt, was ihre neue Rolle sein wird und was wir auch von ihnen erwarten. Das Commitment ist, wie gesagt, extrem hoch, aber auch wir müssen Adaptionen machen. Ich glaube, es ist nicht mehr nur getan in Dankbarkeit, dass die Spieler kommen. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen hier den Sinn schärfen. Das heisst, ein starkes Commitment beginnt eigentlich wirklich, wenn die Spieler da sind und nicht mehr nur, dass sie kommen. Für das haben sie unsere höchste Wertschätzung. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, damit wir jetzt eben diesen Groove erneuern und auch, wenn wir die Spieler haben, ein Commitment wirklich einfordern können. Das wollten wir genau mit ihnen absprechen, dass wir eben bedingungslos diese Sachen, die wir umsetzen müssen, um Erfolg zu haben, einfordern können. Und dieses Commitment ist extrem wichtig. Und auch da mussten wir ein bisschen Adaptionen machen, dass dieses Verständnis klar ausgesprochen ist, dass jeder wieder weiss, was bedeutet eigentlich dieses Commitment für Swissness und für die Schweizer Nationalmannschaft. Zwischen Olympia und WM ist nur wenig Zeit. Wie gesagt, wir wollen nicht einfach einen Schalter oder können nicht einfach einen Schalter umkippen oder einen Cut machen. Ich bringe gerne die Metapher mit einem Garten, der immer noch blüht und schön ist und schöne Pflanzen hat. Auch die schönen Pflanzen muss man ab und zu ein bisschen zurechtschneiden. Es braucht Platz für Neue, die unten wieder stossen und Raum bekommen. Der Garten muss schön bleiben. Wir möchten jetzt Erfolg haben, schon in Helsinki. Wie gesagt, darum cutten wir nicht einfach alles ab, säen neu und müssen dann drei, vier Jahre warten. Sondern das, was ich jetzt hier erzähle, soll eigentlich ein fortlaufender Prozess sein. Und das war auch ein Auftrag ans Coaching-Team, diese Umsetzungen umzusetzen. Es würde ich gerne Patrick Fischer übergeben, damit er das benamseln kann oder eben auch hinsichtlich Aufgebote etc. Und ich würde mich dann ganz am Schluss noch einmal kurz melden, bevor wir dann in die Fragerunden gehen. Guten Tag meinerseits. Danke Thomas, danke Lars. Danke, dass ihr gekommen seid und die Zeit genommen habt. Grosser Hockey-Tag heute, vor allem in Zürich und auch hier in Zug. Olympische Spiele, Analyse. Ich denke, wir waren glanzklar, wir waren enttäuscht. Das wissen wir alle. Die ganze Schweiz war enttäuscht, die Eiseke Schweiz. Wir wollten mehr. Wir wollten uns in dieses Finale, Halbfinale-Weekend vorstossen. Wir sind gescheitert. Und für mich war es eigentlich, es gab verschiedene Punkte. Wir haben uns nie richtig wohlgefühlt auf dem kleinen Eisfeld. Wir konnten unsere diese kleine Unsicherheit nie wirklich ablegen. Es war für uns als Mannschaft das erste Mal ein Turnier auf dem kleinen Eisfeld. Es war es auch für andere Mannschaften, die es sich besser gelöst haben als wir. Das war ein Thema, wo wir als Coachingstaff es nicht geschafft haben, die Mannschaft richtig einzustellen. Das zweite war das Feuer, was bei uns normalerweise extrem brennt, war an diesem Olympischen Spiel nicht so, wie ich es mir gewohnt war. Die Mannschaft war nicht so, die Motivation war da, aber der extra to go, der extra mile habe ich teilweise vermisst. Wir spielten zu langsam für meinen Stil und das sind Sachen, die wir wieder einfordern müssen. Und das gesamte Slotverhalten, ich rede jetzt einfach um Eishockey, das gesamte Slotverhalten, was in unserer Liga eigentlich nicht so strapaziert wird. Auf dem kleinen Einsfeld geht es eigentlich wirklich darum, wer gewinnt im Slot die Zweikämpfe und wer nicht. Das sind so die taktischen Sachen, die wir mitnehmen müssen aus der Welt, aus den Olympischen Spielen in Peking. Dann Erkenntnisse. Ja, Lars und ich, wir hatten harte Diskussionen. Ich hatte auch harte Diskussionen mit den Spielern, mich ist es wichtig, die Spieler zu spüren, was sie denken. Und wir geben zurück klare Meinungen und so wächst man. Es bringt nichts, wenn wir alle sagen, das war gut, aber wir hatten Pech. Wir wussten schon im Vorhinein, das war die letzte WM von Christian, oder ja, der letzte Zusammenzug mit Christian Wohlmann bei uns. Wir wussten, Marco Bayer wird nachrücken als Assistenzcoach, dass er ist Tech-Coach von Ruth Zwanzinger, das war immer klarer, wird nachrücken. Also im Staff gibt es da diese Veränderungen, im Coaching-Staff mit weiterhin Tommi und Marco Bayer neu. Wir haben mit Thomas Boyle den selben Torhüter-Coach. Wir haben Benny Bon, der sich leider einen Fuss gebrochen hat. Ich hoffe, er schafft das nach Anfangs WM. Sehr wichtiger Mann, der wirklich bei den Spielern um die individuellen Takten kümmert. Das heisst, das Lobverhalten, wer blockiert die Schüsse, das ist alles statistisch festgehalten, dass die Spieler wirklich wissen, das ist wichtig. Und wir haben einen neuen Off-Heis-Coach mit Janos Schnittlisbach, der diese Tugenden reinbringt. Er ist mehrfacher Weltmeister, er weiss, was es heisst, hart im Nehmen zu sein und auch auszuteilen. Wie wollen sie da eigentlich trimmen? Denn wir wussten, okay, wo ist das Feuer? Es kommt viel vom Coach, logischerweise, aber es muss auch von der Mannschaft kommen. Und diese Mannschaft hat Ungleichliches geleistet in den letzten Jahren. Wir sind das erste Mal seit der Geschichte, da sind wir in den Top 6. Es hat auch viel zu tun, wie Spieler, wie wir alle wissen, wie Moser und Diaz und Haas und die, die der Kern der Mannschaft waren in den letzten Jahren. Aber wir wussten, wir müssen diese Mannschaft erneuern und das macht man, wenn man einen Kern erneuert. Man will immer zusammenbleiben, das Leben lang, die Geschichte miteinander schreiben, aber irgendwann kommt ein Ende. Und im Sport ist es extrem schwierig. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Es trifft alle irgendeinmal. Wir haben gedacht, okay, jetzt, nachdem ich auch spürte, die Mannschaft ist nicht so wach wie auch schon. Und das an Olympischen Spielen, da muss eine Veränderung kommen. Das trifft null die Schultern irgendwelche Einzelspieler. Das ist einfach ein Fact. Und wir wollen das Leadership Team verjüngen. Wir wollen diesen, wo Lars gesagt hat, diese Prospect-Spieler, wo wir vor vier Jahren begonnen haben, das waren 96er Jahre, war die erste. Es muss die Kernbilder der Mannschaft in Zukunft, das bringt nichts, wenn wir da vier Jahre lang die Spieler an den Deutschlandcup mitschleppen am Heimturnier. Wir machen Prospect-Kernvorbereitungsspiele und es gibt keinen Platz, diese einzusetzen. Wir haben das Glück, in den letzten Jahren viele junge Stürmer schon eingebaut zu haben in unserer A-Nationalmannschaft. Wir haben sehr viele gute junge linke Verteidiger im Übersee, ganz jungen mit Tobias Geisser, Janis Moser-Sigethaler, Bixl, der nachrücken wird. Wir haben noch andere, die ich vielleicht jetzt vergessen habe. Aber wir haben auf der rechten Seite die Verteidigung wirklich in den letzten Jahren viel Routine gehabt. Und die jungen Verteidiger rücken nach und sie müssen WM1 haben. Das ist die Veränderung, wo wir durchmachen müssen. Es ist eine Transition. Sind wir gegen diesen Massnahmen schlechter? Nein. Wir sind einfach jünger. Wir haben vielleicht weniger Erfahrungen auf einer Position. Aber ich denke, auch wieder der Hunger für einmal, wenn jemand das erste Mal dabei ist, ist enorm, wie viel Energie er reinpacken kann. Es sind immer extrem harte Entscheidungen. Ich persönlich als Coach habe diesen Spieler auch extrem viel zu verdanken. Wir als Land haben ihn sehr viel zu verdanken. Sie haben unglaublich viel geleistet. Ich mag mich noch erinnern, im 2013, ich war damals Assistenzcoach, MEP of the Series war es Ivo Rietemann. Und wir haben ihn auch zu Hause gelassen. Und wir brauchten neue Impulse. Und manchmal braucht es eine Mannschaft. Und das geht nicht persönlich gegen einen Spieler. Es ist einfach, was die Mannschaft braucht. Und darum sind es die ersten Veränderungen, die wir machen werden. Wir werden eine jüngere Mannschaft haben in Finnland. Aber wir werden Spieler haben, die logischerweise sehr, sehr gute Ice-Hockey-Spieler sind. Die Wochen hier sind knallhart. Es sind seit drei Jahren wieder die ersten WM-Vorbereitungen, die wir als Mannschaft machen können. Die Spieler werden strapaziert. Sie hatten letzte Woche eine extrem harte Woche. Sie haben diese Woche eine extrem harte Woche. Und sie werden nächste Woche eine extrem harte Woche haben. Nicht nur Spiele auf Off-Eyes. Sie müssen mental robust sein, körperlich robust sein. Dass sie nachher an der WM diese zehn Spiele in 14 Tagen absolvieren können. Die Motivation der Spieler ist riesengroß. Das Commitment ist enorm. Das spüren wir hier. Das spüren wir bei den Jungs in Nordamerika. Jeder will für das Land spielen. Jeder will für diese Mannschaft spielen. Für uns persönlich ist es extrem erfreulich, zu sehen, wie unglaublich gut sie alle spielen da drüben. Auch der Respekt, der Resonanz von den jeweiligen GMs oder auch der WMs von anderen Nationen wächst. Ich glaube, eine wunderschöne Geschichte ist entstanden mit der Aufnahme von uns in einem grossen Vier in Europa, wo wir jetzt eigentlich viermal im Jahr gegen Finnland, Tschechen und Schweden spielen dürfen. Das passiert nicht einfach so. Es gibt noch andere gute Nationen hier in Europa. Aber ich weiss, sie sind glücklich, dass wir das sind. Und für uns ist es ein riesiges Geschenk. Es hilft uns enorm, uns ständig mit den Besten von Europa messen zu dürfen, zu können. Es hilft den Spielern, es hilft unser Staff. Normalerweise treffen wir die Slowaken, die Deutschen, die Norweger oder das russische B-Team unter dem Jahr. Und es ist natürlich klar, wir können viel mehr profitieren, wenn wir gegen unsere absoluten Chefs und Konkurrenten aus Europa immer spielen können. Jetzt konkret, die Finalserie läuft noch. Extrem gute Play-offs bis jetzt. Auch diese Finalserie ist sehr hoch stehend. Wir bereiten uns vor hier. Und dann, wie wahrscheinlich in der letzten Woche, werden die zu uns stossen, wie auch die Spieler aus Nordamerika. Wir haben harte Gegner jetzt, sicherlich. Es war der einfachste Gegner mit Frankreich der ersten Woche. Wir wissen, dass das Niveau geht nach oben. Aber das Ziel ist wirklich, diese Mannschaft und die Spieler vorzubereiten. Es gibt Überraschungen jedes Jahr, jeder WM-Vorbereitung, wo sich Spieler aus dem Nichts in die Mannschaft vorstossen. Wir spüren das Feuer. Sie machen extrem gut mit. Es gibt auch uns Coaches extrem Energie. Und man merkt, die wollen alle an der WM. Es wird brutal hart für die Plätze. Auf allen Positionen. Und das Ziel ist klar. Wir wollen unglaublich gut vorbereitet gegen Italien starten. Und wie immer jetzt in das finale Weekend kommen, unter die besten vier und um die Medaillen spielen. Und das muss unsere Zielsetzung sein. Wir haben in den letzten vier WMs, sind wir viermal im vierten Final gewesen, einmal bis im Final durchgestossen, zweimal kurz vor dem Halbfinal zurückgepfiffen. Also wir müssen da ganz klar diesen Mindset haben. Und wir sind uns auch bewusst, dass wir auch jetzt mit Veränderungen, dass es unsere Ziele sind und dass wir diese erreichen können. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz, Gesundheit, ganz kurz vielleicht eben noch schnell sagen, die Thematik um unsere Spieler und um das Aufgebot, bevor die Fragen kommen an dieser Stelle. Von unserer Seite ein Riesendankeschön an Raffi Dias und an Simon Mosser, die bekanntlich nicht berücksichtigt worden sind. 134 und 121 Spiele, die haben Jahrzehnte die Knochen für die Schweiz hingehalten. Wir werden von SIV Ihnen sicher dann einen würdigen Abschied geben, in naher Zukunft. Aber an dieser Stelle ist es auch mir wichtig, diesen Spielern wirklich zu verdanken, weil wir sind heute da, wo wir sind, auch dank Ihnen. Und wie Patrick gesagt hat, das ist nicht der einfachste Prozess. Klubmanager kennen das. An dieser Stelle einfach ein herzliches Dankeschön diesen beiden Spielern für das, was sie bis jetzt geleistet haben.